Südthüring Trail, Kilometer 14, 900 Höhenmeter liegen hinter uns und gleich geht es die schwärzeste Skipiste nördlich der Alpen hinunter, das Ganze ohne Ski. See you! So, da ist das gute Stück, jetzt geht es Downhill, 1 Kilometer auf der schwärzesten Skipiste nördlich der Alpen bergab beim Südthüring Trail. So, jetzt sind wir bei Kilometer 30, fast 1700 Höhenmeter und das hier ist der höchste Punkt des Thüringer Waldes, dementsprechend kann es jetzt eigentlich nur zumindest erstmal runter gehen. Wir warten auf die nächste Verpflegungsstation, wir haben Hunger, Banjarat. Oh, das ist schon mal. So, jetzt haben wir den Kopf und der Flucht gehalten. So, jetzt sind wir die Flucht gehalten. So, jetzt ist es die Flucht, wo geht es dann? Wir sind übrigens per Kilometer 34. Hallo, Hallöchen! Christine? Christine, Entschuldigung, Christine. So eine Zeit muss sein. Okay, mach ich. So, jetzt haben wir den Kilometer 50 passiert und immer noch ist alles im grünen Bereich. Noch 15 Kilometer, 600, 700 Höhenmeter und dann haben wir es geschafft. Wir sind in der Saale! Super! Wir sind in der Saale! Wir sind in der Saale! Super! Ja? Ich bin in der Saale! Wir sind die Saale! Wir sind die Saale! Vielen Dank.